Hallo und schönen Tag meine lieben Sportfreundinnen und Sportfreunde, vor unserem heutigen Video. Das rede ich heute alles in unserem Oberkörperbereich und ich meine damit unsere Brustwerbesäule, unsere Schultern, unsere Halswerbesäule und unsere Arme und leicht den Rundbereich. Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich gar nichts. Wir haben vier Wände zu Hause, wir brauchen davon nur ein, das ist ein Band und damit die Sache ein bisschen einfacher geht, wenn ihr wolltet, dass es nicht gepflegt oder nicht sein muss, können wir normale Socken, was sie zu Hause, aber sie müssen sauber sein. Und da könnt ihr vor allem Küchentücher nutzen oder Lappen, was ihr zu Hause habt zur Verfügung. Okay, wir starten jetzt ganz schön an, wir gehen Richtung Wand, stellen wir unsere Beine ganz früh frei, ganz angenehm und der Abstand muss ganz passen. Also wir gehen nicht so dringend an die Wand, sondern wir bleiben ganz schön angenehm und wir fangen mit unserem linken Arm nach oben zu rutschen. Ganz schön, bis ich das Gefühl habe, meine Schultern, meine Brustwerbesäule ganz schön offen ist, da kriege ich ganz schöne angenehme Dehnung in dem Bereich. Wenn ich das nicht nach oben gehen kann, weil ich eine verletzte Schulter habe, ist es nicht so schlimm, dann gehen wir eben an unsere Grenze, was unser Arm machen kann. Ganz schön. Und dann halte ich den Punkt, wo ich sage, mehr kann ich nicht und dann bleiben wir dann da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und zurück. Sehr schön. Und jetzt mit dem zweiten Arm, sehr schön. Und jetzt mit dem zweiten Arm auch ganz schön nach oben. Ich gehe zu meiner Grenze und dann halte ich diese Grenze fest und zähle ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und zurück. Sehr schön. Ich bleibe bei dieser Situation oder Position und dann rutsche ich mit meinem rechten Arm. Guck mal, dann nehme ich meinen Rumpf dabei, aber nicht in den Körper. Ich bleibe ganz schön treu. Ich gebe meinem Rumpf die Möglichkeit, oben zu gehen mit meinem Arm und komme ich wieder in der Mitte zurück. Und nochmal. Ja, wir wischen die Wand. Ja, ist das richtig? Drei, da muss sauber sein. Und vier, sehr gut, immer an die Grenze. Und fünf und zurück. Sechs, weit weg und zurück. Sieben und zurück. Acht und zurück. Neun und zurück. Beim Zehn halten wir die Stelle vor zehn Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und zurück. Sehr schön. Jetzt unser linker Arm. Und guck mal jetzt mal rum. Da seht ihr, wie das einfach mit dem Arm geht. Und zurück. Und zurück. Zwei und zurück. Sehr gut. Drei und zurück. Immer an unserer Grenze. Vier. Ich muss die Dehnung spüren. Fünf und zurück. Wunderbar. Sechs und zurück. Sieben. Ich merke, dass ich jedes Mal bis zu einem Millimeter mehr Dehnung kriege. Das ist gut. Das war Nummer acht. Neun. Und wir halten beim Zehn jetzt zehn Sekunden fest. Nur mit dem Uf und Arm. Die Beine und Oberkörper bleiben geradeaus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und schön ist. Und dann halten wir hier. Und dann müssen wir unsere Arme zur Seite. Da kommen die Spitze vorne. Und bleiben hier eine Sekunde. Und dann gehen wir wieder in die Mitte. Also das heißt, nur durch den Arm. Und dann Richtung Wand. Aber nicht, dass ich jetzt an die Wand hier klebe. Das braucht man gar nichts. Wir bleiben hier ganz schön. Achtung. Und wir rutschen mit der Wand. Und dann halten wir hier. Sekunde. Und dann wieder zurück. Und nochmal. Rutschen nach außen. Halten. Spannen wir unsere Bauchmuskulatur auch dazu. Und zurück. Drei. Und zurück. Vier. Und zurück. Fünf. Und zurück. Zurück. Sechs. Zurück. Sieben. Zurück. Acht. Zurück. Neun. Zurück. Wann zehn. Halten wir. Spannen die Arme und die Brustwerbesäule. Alles geradeaus. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und locker. Lassen. Sehr schön. Jetzt habe ich vor ein bisschen die Mobilisation in unserem Schulterbereich eine schöne Übung für euch. Wir halten jetzt unser... Jetzt gehen wir dicht an die Wand. Ist es jetzt in Ordnung? Ich halte meine Arme zur Seite. Beide. Mein Gesicht. Meine schöne Nase. Richtung Wand. Und jetzt komme ich mit meinem rechten Arm. Guck mal. Bitte achtet drauf. Die Gesitzmuskulatur nicht nach außen. Sondern alles muss rein. Jetzt male ich einen Kreis Richtung meinen linken Arm. Guck mal. Linke Arm. Dann gucke ich, was ich hier schaffe. Naja. Das ist meine Grenze. Es ist okay. Wunderbar. Und wieder zur Seite. Und nochmal. Ja. Schön. Und zurück. Und hier kann ich gut erkennen, wie ich meine Schulter oder Arm an ihre Kapazität kommen kann. Also hier. Guck mal. Ist es richtig. Das ist meine Grenze. Es ist wunderbar. Und jetzt Nummer fünf. Sehr schön. Ja. Manche können bis dahin erreichen oder da. Und den gebeugten Arm. Versuch wie möglich, wirklich den Arm zu strecken. Wie möglich. Ja. Wenn es nicht geht, dann geht ein Ebel nicht. Aber ganz vorsichtig. Das ist jetzt Nummer sieben. Und zurück. Das ist Nummer acht. Wunderbar. Guck mal, wie die Schulter sich rotiert. Oh. Und das ist neun. Und ich tauche noch ein. Das ist Nummer zehn. Und zurück. Wunderbar. Ja. Dasselbe. Vielleicht ist meine linke Schulter ein bisschen weniger Mobilisation hat als rechter. Mal gucken. Ah. Sehr schön. Rotieren. Eins. Wunderbar. Ich merke schön, wie der Rump auch mitgeht. Ja. Das ist super. Und wieder zurück. Nummer drei. Oben, 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 oben. Super. Und zurück. Nummer vier. Und super. Nummer fünf. Sehr gut. Immer an eurer Grenze. Nicht mehr. Das ist Nummer sechs. Und hier mal zurück. Das ist Nummer sieben. Und zurück. Das ist Nummer acht. Und zurück. Das ist Nummer neun. Und zurück. Und das ist die letzte. Nummer zehn. Und zurück. Und runter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt hier wirklich ein bisschen Kraft. Seht ihr? Wunderbar. Jetzt geben wir die Wand unserer Rücken. Und wir halten ganz schönen Abstand. Und ich strecke meine Arme mit kompletter Handfläche an die Wand. Guck mal. Und ich präsentiere meine Brustwerbesäule. Die Arme müssen gestreckt sein. Bitte nicht mit dem Kinn nach vorne. Bitte bleibt treu. Die Hals. Die Halswerbesäule muss kann schön in der Mitte bleiben. Mein Bauch und Rücken auf eine Linie zusammen. Und ich versuche jetzt, die Wand zu drücken. Ja, richtig gehört. Drücken. Wir schieben die Wand weg. Und halten. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und locker lassen. Ganz schön. Jetzt, guck mal. Jetzt versuche ich meine Hände. Das ist jetzt meine Hände so. In dieser Position halte ich die. Und an die Wand wieder. Und guck mal. Jetzt wird hier schwer. Vorne auf meinen Fußtagen. Ganz schön. Halte ich nicht die Stelle. Meine Flügel müssen immer nach außen zeigen. Und dann versuchen wir die Wand. Ich spüre jetzt meinen Hals. Mein Hals ist komplett gespannt. Becken nach vorne. Und nur zehn Sekunden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und wunderbar. Ganz schön richtig hier. Super. Jetzt steigern wir. Jetzt nutzen wir ein bisschen mehr unser Rumpf. Ich nutze ein bisschen leichte Kraft auf meine Beine. Und meine Hüfte noch ein bisschen. Und natürlich vergessen wir nicht unsere Schulter und Pustwerke. Ganz schön. Ich gehe jetzt in eine Ausfallschrittposition. Das ist jetzt mein Bein nach vorne Richtung Wand. Das ist nämlich mein rechtes Bein. Und das linke. Und das linke. Wichtig hier. Abstand zur Wand. Und jetzt mit meinem Arm versuche ich jetzt nach vorne zu dehnen. Druck der komplette Fuß auf dem Boden. Und ich ziehe jetzt meine Waage ziehe. Meine Kraft auf dem Oberschenkel vorne. Mein Rumpf, Rücken, Arm und Schultern. Halten. Halten wir jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und locker lassen. Wunderbar. Das kann sein natürlich. Wir drehen es uns um. Und das zweite Bein. Achtet drauf. Guck mal meinen Fuß. Nicht auf den Bein gehen, bitte. Nein, kompletter Fuß. Kontakt zum Boden. Fassender Abstand. Natürlich jeder nach seinem Körper. Große. Das ist was die Sache richtig machen soll. Und jetzt ziehe ich meinen Arm Richtung Wand. Halten. Der Körpergewicht neigt nach vorne wie möglich, damit der Bade zieht. Und halte. Zieh nach oben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und locker lassen. Sehr gut. In der nächsten Übung machen wir auch die Position mit dem Ausfallschritt. Und auch mein Fuß hat einen kompletten Bodenkontakt, damit der Bade auch mit Mie geht. Und jetzt, ich rechne den Abstand zur Wand nach meiner Körpergröße, meinen Oberkörper. Halte ich jetzt mal tief fest. Und da suche ich die Wand, die Arme, erste Position, wie meine Brüsthöhe. Schiebe ich die Wand ganz doll. Und dann halten wir, also die Kraft kommt von meinem Schulterbereich. Zieht auch mit dem Rücken. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt gehen wir ein bisschen näher an die Wand. Das heißt, das ist die zweite Position. Und jetzt rutsche ich währenddessen meine Arme oben Richtung Wand. Ausfallschritt, der Fuß mit Bodenkontakt. Und ich mache meinen Rücken, meinen Arm, meinen Brustkern schön lang. Halten wir hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Und runter. Jetzt das zweite Wand. Ausfallschritt erstmal. Ganz angenehmer Abstand, dass die Arme vor meinem Brustdur sein sollen. Nicht vergessen, Fußkontakt. Den Wader mitspielen lassen. Und jetzt schiebe die Wand weg. Schieben. Voller Kraft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn. Und sehr schön. Ich bleibe bei derselben Position, aber ich gehe schräg nach vorne. Ich brauche jetzt die Dehnung im Rücken. Ich muss jetzt ein bisschen dichter an die Wand gehen. Und wieder. Kompletter Fußkontakt. Und jetzt zieh mal unser Rumpf und Rücken. Arm, Brust, alles oben. Und vorne. Ganz schön. Halte durch. Zieh die ganze Dehnung im Körper. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und locker lassen. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein Element, wo wir auch in dieser Position machen können. Und zwar, ich nehme währenddessen auch meinen Hüftbereich dazu. Dass ich jetzt nicht nur hier den Oberkörper, da halte ich auch meine Arme, wie meine Brusthöhe, ganz schön an die Wand. Schulterbreit, natürlich. Fuß. Und jetzt, pass auf, ich bin jetzt hier ganz schön posiziert. Und jetzt die Hüfte, ich bin jetzt hinten, hopp, nach vorne. Da gehe ich auf den Ball. Kneipe ich hier meine Gesäßmuskulatur zusammen, schiebe ich meinen Hüftbeuger nach vorne. Und dann, zum Ausgangsposition, Fußkontakt. Okay, also das heißt, ganz schön nach vorne gehe ich auf den Ball und ziehe ich meinen Hüftbeuger nach vorne. Kneipe ich die Gesäßmuskulatur und runter. Okay, dann zähle ich jetzt zehnmal. Ganz vorsichtig. Bitte die Arme nicht oben. Sie müssen ganz genau vor meiner Brusthöhe sein. Okay, das ist eins, absenken, zwei, absenken, drei, absenken, vier, absenken, fünf, absenken, sechs, ab, sieben, ab, acht, ab, neun, ab, dann zehn, achten und guck mal, jetzt gehe ich auf den Ebenbogen. Und dann halten. Schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und locker lassen. Wunderbar. Schon gut. Jetzt die zweite, die zweite Seite. Ganz schön, Fuß, Ausfallschritt, Brusthöhe, die Arme und mit unserer Hüfte, wie ich vorhin geklärt habe. Und eins und ab, zwei und ab, drei und ab, vier und ab, fünf und ab, sechs und ab, sieben, ab, acht, ab, neun, ab, zehn. Den halten wir ganz schön den Hüftbeuger vorne und ich gehe auf den Ebenbogen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und locker lassen. Wunderbar. Das letzte, was wir jetzt machen, das letzte, was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Ich gebe die Wand meinem Rücken und die einzige Körperzahl, die an die Wand geht, ist mein Gesäßmuskulatur. Meine Beine sind wie meine Hüfte breit. Sie müssen immer nach vorne zeigen. Das ist die Wand, ich bin ein kleiner Mensch, deswegen muss es jetzt, jeder geht nach seiner Körpergröße. Also, jetzt mein Gesäßmuskulatur ist an die Wand festgenagelt. Genagelt heißt egal. Und die Strecken jetzt hier, guck mal, ich ziehe, die Dehnung fängt von meiner Lendenwerbesäule. Erstmal durch den Rücken, Schulterarm und dann drücke ich und schicke meine Hände nach vorne. Drückt an die Wand mit der Gesäßmuskulatur. Halten. Zwei. Die Beine sind leicht gebeugt. Ich sehe euch. Halte durch. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und wir gehen jetzt mit meinem Arm links an den Knie recht und ziehe ich die Rotation. Drückt weiter an die Wand mit eurer Gesäßmuskulatur. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wunderbar. Wir gehen wieder in die Mitte. Jetzt unser rechten Arm geht an den Knie links. Und wir rotieren. Drehen wir den Rücken zur Seite und halten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Prima. Eine Sache schaffe ich nochmal noch. Bleiben. Jetzt habe ich diese Position. Tief atmen. Ich gehe leicht runter. Guck mal. Ich mache mich ganz klein. Richtung meinen Knie. Und dann wieder nach oben. Ganz schön in der Mitte. Ich zehne jetzt zehnmal. Runter. Tief, tief wieder geht runter, was er kann. Und hoch. Nummer zwei. Tief. Und hoch. Alles mit der Ruhe. Drei. Sehr schön. Und hoch. Vier. Meine Beine zittern, weil es viel Kraft auch auf die Beine sind. Und fünf. Sehr gut. Sechs. Und Mitte. Sieben. Mitte. Acht. Mitte. Neun. Mitte. Zehn. Und Mitte. Und ganz schön nach oben. Ich muss ehrlich sagen, meine Beine zittern. Meine Schultern. Aber das muss sein. Ja. Also. Da haben wir jetzt ganz schön. Unser Oberkörper hat schön trainiert. Das war schön. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und ich freue mich, dass ihr weiter mit mir machen könnt. Tschüss. Ciao. ण